Moin Pyros und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal die Power Up von VEKO vor. Sie ist auch bekannt als Super Flair. Das ist eine 30 mm Batterie mit 20 Schuss, einer Brandauer von ca. 35 Sekunden und einer NM von ca. 478 Gramm. Ihr habt ja jetzt mal ein Foto von der Effektbeschreibung. Könnt ihr euch ja mal ruhig durchlesen, indem ihr das Video zum Beispiel anhaltet. Ja, ich muss sagen, ich finde die Batterie wirklich geil. Irgendwie mit dieser neuen Bobetten Technologie, was da drauf steht. Die Pokés sind alle wirklich rund. Der Effekt an sich da ist auch geil, muss ich sagen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Zündung. So, schließen wir nun die Power Up von VEKO. Das ist ja die... Boah, ich weiß gar nicht, wie die eigentlich heißt. So, los geht's. Ich glaube, das war... Genau. Die falsche Seite. Ich wollte gerade die Ersatzsinn schon anzünden. So, los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank.